Regie-Legende Hitchcock hat den Roman von Daphne du Maurier verfilmt. Als Musical hat er das Musiktheater erobert. Jetzt kommt Rebecca zurück nach Wien in einer Neuinszenierung. Das Stück ist Thriller und Love Story in einem. Premiere ist kommenden Donnerstag im Rhein-Mund-Theater. Gabi Hassler mit einem Vorgeschmack. Es ist ein brennendes Geheimnis, dass Rebecca und ihren Landsitz Manderley umweht. Der Ball auf Manderley, ein Tanz auf dem Vulkan. Die Haushälterin Mrs. Danvers war ihrer früheren Chefin Rebecca blind ergeben, bis diese auf mysteriöse Weise verschwindet. Mrs. Danvers quält die neue Frau von Rebeccas Mann. Die im Stück als Ich bezeichnet wird. Für mich ist sie so, wie sie ist und macht sie das Leben von Mrs. De Winter, also die Ich so schwierig, weil sie so trauert und so unglücklich ist und diese Rebecca sehr, sehr, sehr vermisst. Und sie kann einfach nicht damit umgehen. Marc Seibert verkörpert Maxim De Winter, der ein dunkles Geheimnis in sich birgt. Das ist für mich natürlich als Schauspieler wahnsinnig spannend. Auf der einen Seite der charmante Liebhaber zu sein in Beziehung zu der Ich. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder durchblitzen zu lassen, dass da irgendwas, ein Geheimnis in ihm schlummert. In Zeiten von Covid und Teuerungen sind die Theater nun doppelt betroffen. Aber wir sind zurück und werden kämpfen und werden die Leute verführen, zurückzukommen. Und wir merken, dass das Interesse auch wieder da ist, Theater zu besuchen. Ich hoffe, dass die Leute, die zum Theater kommen, eigentlich die ganze Welt ein bisschen vergessen und ganz in die Geschichte hineingezogen.